Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Letztes Mal habe ich über Pilze geredet, wir sind mit unserem Haus vorangekommen. Und jetzt will ich da eben weiterhin anschließen. Wir setzen dem Ganzen ein wunderschönes, äh, ja, eine wunderschöne Mauer aus Glas da oben drauf. Keine Ahnung, wie ich das jetzt auch immer genau mache. Wir lassen es einfach wieder auf uns zukommen. Das Glas haben wir letztes Mal noch in den Ofen geschoben. Das, oh, ist jetzt auch schon einigermaßen weit, aber lassen wir es einfach ganz durchlaufen. Wir haben ja auch noch ordentlich Glas. Sind das jetzt Scheiben oder Blöcke? Sind Scheiben. Ne, dann nehme ich das einfach schon nochmal mit. Man weiß ja nicht, vielleicht baue ich die Seiten jetzt doch aus Glas neben der Tür. Keinen genauen Plan. Ich werde jetzt einfach ein bisschen wieder rumprobieren, wie immer halt. Und währenddessen mit euch ein paar Lavern. Übrigens, was ich überhaupt nicht nötig habe, was mir letztes Mal nach der Folge dann aufgefallen ist. Ich meine, ich habe das hier ja genug verkleinert sozusagen. Das heißt, ich kann, so, ich mache das so, dass an den Seiten hier noch ein Geländer ist jeweils. So, zum Aussehen. Aber, ähm, ich brauche ja gar kein Geländer mehr. Weil hier ist es ja doch die Tür und so genug geschützt. Da kommt ja kein Viech rein. So. Das heißt, das mit der Fackel lasse ich stehen. Und dann noch. Ja, meine Stimme ist in letzter Zeit irgendwie ein bisschen, ja, weiß nicht, wie nennt man sowas unregelmäßig? Immer ein bisschen heißer und dann geht's wieder und ach, kein Plan. Ist ja auch vollkommen egal. Ich fange jetzt auf jeden Fall mal an hier, den Boden mit Stein auszulegen. Denn, ähm, das habe ich ja schon in der letzten Folge angedeutet. Aktuell sieht das einfach ein bisschen bescheiden aus. Sagen wir es einfach so. Ja, bescheiden ist, denke ich, ein ganz gutes Wort. Wichtig ist hierbei, dass ich natürlich nicht dieses verdammte, den verdammten Zaun abbaue, sondern wirklich nur die nervigen Sachen. Und dementsprechend dann auch das Zeug richtig setze. Ja, okay, ich muss einfach mal schnell wegbauen. Das funktioniert nicht anders, ha? So, gut. Und dann den Zaun wieder hin. Ja, anders funktioniert es anscheinend nicht. Okay. Dafür kann ich jetzt nach dieser kurzen Besprechung, wie ich das Ganze denn jetzt auch auf dieser Seite machen werde, kann ich dafür jetzt genau und sofort ins Thema einsteigen der heutigen Folge. Und das hat mal durchaus Sinn und macht auch Sinn. Und, ähm, da kann, denke ich, jeder was davon mitnehmen und auch seine eigenen Erfahrungen mit preisgeben. In den Kommentaren zum Beispiel. Heute geht es nämlich um... Heim eine Spitzhacke? Ja, okay, habe ich. Aber darum geht es in der heutigen Folge natürlich nicht. Es geht um Fast Food, ja. Ähm, meine Erfahrungen mit Fast Food, ja, irgendwie rede ich immer nur über meine Erfahrungen hier. Aber, naja, das scheint euch ja am meisten zu interessieren, ne. Also über meine Erfahrungen mit Fast... Ne, okay, Spitzhacke brauche ich jetzt wahrscheinlich erst mal mehr, ne. Pfeile brauche ich nicht, dann tue ich die mal weg. So. Okay. So. Allgemein über Vorurteile bezüglich Fast Food, ähm, ja, was meine Erfahrungen davon sind, was ich davon halte, wie das auch vor allem in den USA damit ist, denn, ähm, das ist ja sozusagen das Entstehungsland des Fast Foods. Ach, das ist so ein breit gefächertes Thema. Ich glaube, da kann ich richtig schön quatschen. Ähm, und deswegen ist es eigentlich echt schade, dass ich jetzt erst nach drei Minuten Aufnahme damit angefangen habe. Hehe. Naja, nun gut. Wir werden das schon schaukeln hier. Also. Fast Food, ja, was ist Fast? Das ist erstmal eine kleine Definition. Fast Food ist schnelles Essen, meistens Fertiggerichte, die man sich zum Beispiel in Fast Food Restaurants wie McDonald's und Burger King, Subway oder so kaufen kann. Wobei Subway natürlich Sandwiches anbietet und das von vielen dann eben schon wieder nicht als, ähm, Fast Food gesehen wird. Das ist immer eine Definitionssache. Das muss man einfach dazu sagen, vor allem bei solchen Sachen wie, ähm, wie ich es jetzt eben erwähnt habe, Subway oder so. Auf jeden Fall schnelles Essen, meist fettiges Essen, aber was ist daran das Problem? Ich meine, es ist schnell, hat oft auch ein bisschen Gemüse oder Salat oder so drauf, dann kann es doch an sich nicht so schädlich sein. Aber es ist eben das Problem, denn dadurch, dass es eben so schnell gemacht ist, ähm, sättigt es auch nur kurz die genauen biologischen Gründe und so kann ich euch dafür nicht angeben. Ich weiß auf jeden Fall, und das werdet ihr auch selber festgestellt haben, dass Fast Food am Anfang unglaublich sättigend ist, aber man dann nach kurzer Zeit schon wieder Hunger bekommt. Ja, wie gesagt, genau wieso, genau wissen wieso das so ist, tue ich nicht. Es wird Nacht, aber meiner Meinung nach können wir einfach weiterbauen, ne. Es kommt ja kein Monster rein. Komischen Eingänge da habe ich jetzt schon fertig gemacht. Also es ist auch nicht so, dass ich draußen noch was ausbessern müsste. Können wir gleich mal probieren hier, ob das einigermaßen taugt, so als Bunker und ob da irgendwelche Monster reinkommen. Vielleicht sollte ich insgesamt hier ein bisschen ausleuchten, vielleicht spawnen. Ne, okay, ne, wenn ich sehe, dann spawnen hier ja keine, ne. Da, wo man hinschaut, spawnen keine Monster. Gut, dann kann ich auch einfach da bleiben und hier weitermachen. Gut, sehr schön. Meine liebsten Fast Food, ich sag schon mal, geh mal gleich zu den eigenen Interessen und so hier auf. Wow, wow, wow. So, ähm, okay, so, äh, Tür, 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 ganz, ganz schnell. Ah ja, oh mein Gott. Ähm, und schon bin ich wieder im Stress hier. Äh, äh. Geh rein. Huh. Okay, das, äh, das war knapp, ja, das war knapp. Ich stehe sehr auf Döner, hol mir auch gerne mal was bei, bei McDonalds oder Burger Kings. So was wie, ähm, zum Beispiel, ähm, Kentucky Fried Chicken fand ich zwar immer ganz lecker, aber war mir persönlich dann doch meistens zu heftig, weil ich stehe einfach nicht so auf gebratene, auf diese fettigen Händchenschenkel und so. Die kleinen da, ich weiß gar nicht, Chicken Wings heißen die zum Beispiel auch, Chicken Wings stehe ich auch nicht so. Also, wie gesagt, als Geschmacksergewehr drauf steht, Geschmack ist relativ, lässt sich drüber streiten. Ich bin auf jeden Fall nicht so der Fan von diesem, von diesem ganz Fettigen. Ich meine, wie gesagt, Fast Food ist meistens schon ungesund genug, da brauche ich nicht auch noch einen fetten Händchenschenkel, na? Ja, okay, doch, Musik kommt. Es ist immer dieses eine Lied, wo ich mir denke, äh, im Moment ist die Musik ausgefallen. Ich muss da sowieso jetzt mal ein bisschen was hier ändern und ein bisschen die Musikbibliothek auffrischen. Es ist ein bisschen leer, also sehr repetitiv in den letzten Folgen. Ich höre halt wirklich jede zweite, dritte Folge inzwischen dieselben Lieder. Na, auch, auch trotz Zufallswiedergabe. Und ich habe zwar einige, aber die wiederholen sich natürlich doch ständig. Muss ich mir mal wieder was anschauen, ja. Habe ich, glaube ich, schon vor einigen Folgen gesagt, aber diesmal sollte ich es vielleicht wirklich machen, ne? Ich versuche dran zu denken, aber, yo, Mann. Einfach mal abwarten. Hauptsache das ist Musikbehindergrund, oder? Dass ihr nicht nur mein Geschwafel hier ertragen müsst. Weil das alleine wäre, glaube ich, schon heftig. Also, das muss ich zugeben. Ich kann mir auch nicht die ganze Zeit beim Reden zuhören. Da brauche ich schon mal ein bisschen Musik zwischendrin. Ansonsten dreh selbst ich ab. Ja, da ist wieder unsere komische Spinne. Was weiß ich, wo die denn überhaupt ist? Witzig, dass es hier sogar laufen höher, aber, naja, egal. Wir hatten schon mal einen Zombie, der hier in der Nähe war und dann auf einmal weg war, ne? Auf jeden Fall erstmal. Zum Frühstück gibt es ein Brötchen. Ja? Wie sie es so gehört, einen Höhlen-Sound, finde ich, braucht es jetzt nicht unbedingt. Ich meine, ich bin in meinem Haus, da brauche ich keinen Höhlen-Sound. Ist doch gerade eben schon fast wieder gruselige Ausmaße angenommen. Ja, das muss ich schon sagen. Und wir haben hier eine schöne Baustelle mitten in unserem Zimmer. Naja, was soll's. Okay, ich bin natürlich wieder schon total vom Thema abgeschweift, aber ihr wisst ja, ich finde dann auch immer sehr schnell zum Thema zurück. Das muss ich insgesamt nicht mal doben, dass ich zwar so viel abschweife und anderes Zeug rede, aber an sich immer wieder das Thema im Hinterkopf behalte und darauf zurückkomme, wie jetzt eben. So, ich fange an zu erzählen, denn es gibt da wirklich viel zu erzählen. Eine Geschichte bezüglich Fast Food, die ich erstmal loswerden möchte, ist, ähm, ja, wieso fangen wir nicht gleich mal mit ein paar Entstehungsgeschichten an? Na, was heißt ein paar? Ich kenne eigentlich bloß eine Entstehungsgeschichte, denn der Döner, der türkische Döner, wo man eigentlich denkt, ja, irgendein Türke oder so aus Türkei, nein, der ist in Deutschland entstanden. Es war zwar ein Türke, aber der klassische Döner ist ja eher so ein Döner-Teller. Was bei uns unter Döner-Teller bekannt ist, war damals in der Türkei eben der klassische Döner, so war der da bekannt. Und, ähm, da war ein paar, einer Türke, der hier in Deutschland ansässig war, hier gewohnt hat und da eben seinen Döner verkauft hat, hat sich gedacht, ja, ähm, die Deutschen sind so eine schnelle Gesellschaft, die haben gar keine Zeit mehr, so richtig hinzusetzen und was zu essen. Wieso packe ich nicht einfach den ganzen Döner-Teller in, äh, ein Brötchen? Und so ist dann eben der Döner entstanden, in Berlin war das. So, genau, und ich hab keinen Bock, dass der Baum da mitten in mein Haus reinwächst, damit bin ich blöd oder was. So ist der Döner entstanden, der klassische Döner, wie ihn jetzt kennen, im Fladenbrot. Von einem Türken erfunden, der in Deutschland gewohnt hat und meiner Meinung nach eine echt gute Erfindung, was er da abgeliefert hat. Wie gesagt, mir schmeckt's immer sehr und von vielen Fasten, von so ziemlich allen Fasten ist der Döner ja immer noch eins der gesündesten, ne? Ja, weil der immerhin noch ein bisschen, ähm, ja, okay, ich hab noch ein bisschen Zeit, äh, bisschen Platz, bis ich runterfalle, hat immer noch ein bisschen, hat doch ordentlich Gemüse und sowas drauf. Ich hab doch grad gesagt, ich hab noch ein bisschen Platz, bis ich runterfalle, aber irgendwie ja anscheinend doch nicht. Ha. Komisch. Und da unten, seh, hab ich grad gesehen, das schaut ein bisschen trist aus, also da muss ich auch auf jeden Fall nochmal was machen. Das ist hier grad voll langweilig in meinem kleinen Zimmerchen da aus. So, gut. Alles klar los? Ja, ich hab natürlich wieder, oh nein, Gott, ich hasse es, jetzt muss ich echt nochmal runtergehen. Vielleicht sollte ich auch so eine Art Treppe bauen? Hm, weiß nicht. Nun gut, ihr merkt schon, ich bin jetzt hier die ganze Zeit ein bisschen am Philosophieren übers Thema und dann wieder ein bisschen am Nachdenken, wie ich das ganze Haus hier baue und dann wieder zurück zum Thema und, naja, ist halt in der Folge so. Ich muss mich halt doch ein bisschen konzentrieren, ich möchte, dass es hier einigermaßen gut ausschaut, ne? Und nicht grad so langweilig ist. Jetzt müssen wir halt mal gucken, was dabei so rauskommt. Ähm, nein, Moment, das baut man so, ne? Ha, wusste ich's doch, ich hab voll den Plan. Ich hab einfach Plan, Leute. Müsst euch einen sehen hier. So. Das wird erstmal reichen. 64. 64. 64. Ich, ich, ich mach das vielleicht nicht mit Absicht. Ich hau immer genau so viel in die Box, dass 64 rauskommt, die letzten Folgen. Ich mach das echt nicht mit Absicht. Das ist purer Zufall, Mensch. Naja, was soll's. Ich hab ja echt grad so viele Eingänge zu meinem Häuschen. Ja, okay, um mal wieder zum Thema zurückzukommen. Ich red da grad so ein bisschen über alles. Und dann wahrscheinlich da noch ein bisschen Lebensmittel-Skandal rein und so. Und dann hier noch ein bisschen Amerika. Und ich denk damit, ja, okay, dann mach ich gleich damit weiter. Wie die ganzen denn in Amerika da zu stehen. Und das ist meiner Meinung nach auch eine ganz witzige Geschichte. Fast Food. Das meiste Fast Food wie McDonald's Burger King. Und der klassische Burger kommt ja eigentlich aus den USA. Vom, äh. Oh mein Gott, Alter. Ich glaub, ich, ähm, bring mich heute noch um, weil ich so viel nach unten falle, ha? Stürze ich in die Tiefe und starb. Hehe. Vielleicht sollte ich... Also irgendwo muss ich mir einen Einstieg übrig lassen, ne? Das, ähm, wäre zu empfehlen. Ja, dann hau ich mir einfach hier irgendwo... Hau ich mir in die Ecke hier einen Holzblock. So. Gut. Sehr schön. Jetzt balanciere ich hier am Außenrand und kann nichts machen. Yay. Ha. So. Geh vorbei. Ja, mein Gott, was ich eigentlich erzählen wollte. Es ist immer ganz witzig. Man hat ja voll den... Äh, man hat ja ein ziemliches Vorurteil von den USA, da, dass da so total viel Fast Food gegessen wird. Und das stimmt auch wirklich, denn USA, ähm, Amerikaner sind kochfaul. Wenn die, ähm, mal in Europa sind, egal ob jetzt in England oder Deutschland oder wo auch immer, die sind meistens total erstaunt, dass hier noch gekocht wird. Weil die eben wirklich sehr, sehr viel, ähm, bereits fertig kaufen und sich eben so ihr Essen machen. Und die Deutschen da und, äh, allgemein die Europäer da noch viel mehr aufs Kochen bedacht sind. Und die regen sich ja meistens total auf, wie wenig Fast Food-Ketten wir hier haben. Wie wenig Fast Food allgemein und vor allem auch wie wenig Burger King-Filialen und so, ne. Weil das ist in den USA ja, obwohl es nicht wirklich ein klassischer Burger ist, also die sind ja um einiges größer und nicht so kleine Dinge wie bei McDonald's, ne. Falls ihr es noch nicht wisst, kann ich das ja auch gleich nochmal, habe ich es ja hiermit auch nochmal gleich gesagt, habe ich ja hiermit schon erledigt, ne. Ähm, vielleicht sollte ich echt, ich weiß gerade nicht, vielleicht sollte ich jetzt gleich so eine Art Decke bauen und dann erst, dann nur auffüllen das Ganze, weil irgendwie ist es gerade ziemlich scheiße, dass ich immer runterfalle. Finde ich zumindest. Vielleicht finde ich es eher auch ganz witzig, aber, hm. Okay, wie hoch möchte ich das Ganze machen? Ich finde eigentlich, jetzt kann ich schon draufhauen dann, oder? Drei. Und dann Holz drauf. So, und jetzt haue ich schon hier ein bisschen das ganze Ding drauf hier, so. Soll ich da noch einen Stock drauf bauen? Kann ich ja rein, theoretisch, wenn ich das hier jetzt aus Holz mache, das, die Decke. Naja, werde mal gucken. Ich glaube sogar, ich mache auch noch einen Stock drauf. Auf jeden Fall bin ich jetzt schon wieder vom Thema abgestrifftet, ne. Auf jeden Fall sind die viel mehr Fastfood gewohnt. Das ist einfach ein ganz anderer Lebensstil da drüben, ne. Obwohl ja eigentlich die meisten Amerikaner aus Europa kommen, ne. Damals, als Amerika erschlossen wurde, waren es ja vor allem die Europäer, die sich da angesiedelt haben. Naja, natürlich waren es die. Es war, das war ja ansonsten ein unentdechter Kontinent. Nur die Indianer waren ja da, ne. Und ein paar eingeborenen Stämme. Aber an sich hat da ja keiner gelebt. Das heißt, es waren wirklich alles Europäer, die damals Amerika in Besitz genommen haben. Und, äh, wisst ihr nicht, woher der Name Indianer kommt? Aber ich denke, das, äh, das haben wir, das haben wir zum Beispiel auch tausendmal in der Schule gemacht. Also, das dürfte eigentlich bekannt sein. Wenn nicht, dann seid ihr jetzt wieder ein bisschen schlauer, nachdem ich das hier gleich ausgeführt habe. Hört einfach mal zu. Jetzt wird es richtig spannend. Also, Kolumbus war ja damals der festen Ansicht, äh, naja, okay. Kolumbus wollte damals einen Seeweg nach Indien entdecken. Ja? Ähm, dass man halt schneller mit Gewürzen handeln kann, und so weiter, und so fort. Und, ähm, ist einfach sozusagen, er wollte, er wollte von der anderen Seite. Also, an sich, ähm, er war ja Portugiese, und, ähm, Auftrag der spanischen Krone hat er ja damals, ähm, Indien gesucht. An sich wollte er einen Seeweg nach Indien finden, der West, äh, der im Westen rumgeht. Das heißt, dass er wirklich, ähm, an Afrika vorbeisegelt, und dann in die andere Richtung geht, und da eben, ähm, ähm, irgendwann auf die Erdmasse Indien trifft, ja, zwangsläufig, wollte er einmal um die halbe Welt, und dann von der anderen Seite nach Indien ran. Ihr wisst ja, denke ich, wo es ist, Asien und sowas, ne? Und, ähm, ja, er wäre kläglich verdurstet, und alles, weil er, weil er, weil er, weil damals der Weltumfang noch einiges falsch eingeschätzt wurde. Er wäre wirklich einsam verdurstet und gestorben mit seiner Crew an Sachen Vorräten und so, wenn er nicht zufällig auf seinem Weg, äh, auf den Kontinent Amerika gestoßen wäre. Columbus hat ja Amerika gedacht, äh, entdeckt, wenn ich mich nicht irre, 1492, korrigiert mich, wenn ich es falsch habe, aber ich bin mir da recht sicher. Ähm, das war, war gleichzeitig auch der Beginn der Neuzeit, wenn es jemanden interessiert, ne? Ähm, da spricht man dann offiziell von der Neuzeit, weil ja auch solche, äh, Erfindungen wie die Maschine von Guttenberg zum Buchdruck erfunden wurden und so, also da war wirklich die Zeit der Revolution, ne, okay, französische Revolution war wann anders, aber da ging es dann so langsam dem Fortschritt entgegen, und das wird irgendwie, das dann eben als frühe Neuzeit abgestempelt, ne? Ja, gut, ähm, ja, genau, so war das damals. Ähm, ich bin grad echt, soll hier noch ne Art, ich glaub, ich hau hier ne Leiter nach oben. Erstmal hier zur Seite und gucken, wo ich da rauskomm. Oder nein, ich, ich baue an der Seite ne Leiter hoch, das ist viel schlauer, weil hier ist ja eh ne Wand, ne, dann baue ich an der Seite ne Leiter irgendwie hoch. Dass ich halt auch irgendwie hier herkomme, weil das find ich leicht kacke, wenn das dann so umständlich wird. Wie wär's mit hier und auf der anderen Seite jeweils ne Leiter? Da ist so ne Mauer, ne? Ja, natürlich. So. Ich bin nicht, aber ihr habt's schon wieder gemerkt, ich bin voll abgedriftet. Jetzt hab ich euch über die Erkundung Amerikas belehrt. Ich wär jetzt wahrscheinlich noch zu den Inkas und so übergegangen, zu den ganzen Inkas, Mayas und Satomayas und Azteken, die von den, äh, von den Konquistadoren und so umgebracht wurden, deren Schätze geraubt wurden und so. Wahrscheinlich hätte ich darüber noch angefangen zu quatschen, aber, ähm, jetzt ja doch nicht, was vielleicht auch besser ist, ne? Dass ich mich da jetzt gefangen habe und wieder einigermaßen in die richtige Richtung komme, hehehe. Wobei ich das Thema eigentlich interessanter finde, als Fastfood, um ehrlich zu sein. Ich könnte jetzt auch einfach darüber weiterreden, wär doch ne Idee, hehehe. Aber, ähm, Leute, ich seh grad, wir sind sowieso schon wieder voll über der Zeit. Naja, okay, eine Minute, das geht noch, ne? Also, in der heutigen Folge, ein grober Überblick über meine Fast, meine liebsten Fastfoods und die Entdeckung Amerikas und den damit verbundenen Übergang in die Neuzeit. Ich freu mich, dass ihr dabei wart. Für die nächste Folge klickt ihr rechts oben. Für die vorherige Folge klickt ihr links oben und wenn ihr immer über alles auf meinem Kanal von mir sein wollt, klickt ihr auf den Daumen, auf den Knopf, ne? Wenn ihr, wenn euch der Part gefallen hat, Daumen nach oben, nettes Kommentar, ihr wisst Bescheid und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!